Yo, Luca hier von Premium Longboards und ich zeige euch heute ein Trick-Tipp-Video zum Push-Up Slide. Gehört eigentlich zu etwas einfacheren Slides. Ich nutze dazu das Loaded Tesseract. Bei diesem Slide fahrt ihr, wie bei jedem anderen Slide, einfach nur eine Sägekurve. Das sieht das Ganze so aus. Ihr fahrt auf die Kurve drauf zu, geht in die Hocke, lasst eure Hände nach vorne fallen und versucht hinten das Bord rauszudrücken. Der Rest passiert eigentlich von alleine. Das Schwerste an der Sache ist einfach nur sich zu verbinden und es einfach mal zu tun. Wenn ihr Fragen könnt ihr einfach die Kommentare schreiben. Sie sind auch erreicht, wie bei Facebook oder unsere Info an PremiumWongboards.de. Outro 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 Outro